So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich bringe einen Panzer zu den Außenposten der 7. Loll, die erzählen mir doch gerade von der Aufgabe. Wie gesagt, wir müssen einen Panzer genau da hinbringen. Wo habe ich den Panzer mir geholt? Richtig, in Condo Canyon, auch warum genau da. Der Panzer ist zwar bemannt, aber ihr müsst halt wirklich nur diese minimale Strecke fahren. Und da reicht der Sprit auf jeden Fall. Also ich persönlich finde es von da am einfachsten. Ihr müsst natürlich die Bots rausnehmen, aber ihr seht, ich habe mir noch nicht mal Blue Life geholt. Und habe mir den Panzer einfach genau von hier vorne in die Straße geholt. Bin nur bis hier vorne hingefahren und habe so auch schon die Mission geschafft. Ich denke mal, genau so werdet ihr es auch ohne Probleme hinkriegen. Und in dem Sinne euch viel Glück noch beim Leveln. Dem hier gönne ich das jetzt. Okay, er gönnt es mir nicht, aber ihm gönne ich die Aufgabe. Wie gesagt, einfach da einsteigen, die paar Meter fahren. Und schon habt ihr es ganz einfach geschafft. Und in dem Sinne, hoffentlich sehen wir den einen oder anderen vielleicht beim Livestream. Oder auch in weiteren Videos. Also gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, haut rein!